jetzt wenn ich mich recht erinnert dann war da drüben irgendwelche trolle oder oder da ist ich mich ein kisten ach da war ich schon mal und wenn ich ehrlich bin hätte ich eigentlich gerne einen begleiter gell gibt es denn irgendwann snapper blick der wolf die habe allerdings schon geblendet snapper schau das so ein snapper der einsam einzelner er beißt mir auf ich mache mal bis sie hokus pokus tieretärmen und abrikadabri snapper unter kontrolle geh mit schnappi gehen wir wölfe jung der vorteil ist der snapper greift an und ich tue aus dem hintergrund beschießen das lenkt den gegner ab kommst du scho geh bösartiger ripper was ist das du reite falls am geh ein bösartiger ripper gibt es da einen unterschied das ist der da um gottes willen oh gott wir sind das ich glaube dass mein snapper gleich tot ist befürchte der kämpft um leben und tot oh gott den habe ich gespeichert schon oder gottes willen wie wird er das lebt ist tot das war nicht lange mein freund wer folgt er mir um her war der erste weiter lauf bin gleich hab fleisch ich hänge fest mitten aus dem gebüsch die rettende brücke um mich da ok wieder fit oida das war eine knappe Sache ich habe mich nicht getroffen jetzt haben wir dieses vieh fahrt diesmal um den habe ich schon bespickt mit pfeilen der fällt nicht um jetzt aber mein armer snapper aber gegen die ripper hat er keine chance das wäre geil wenn ich so einen ripper zämmeln kann der hätte mehr power jetzt warte mal irgendwo war der dritte schau dir das da liegt er zerfleischt von rippern ich friss den Rest da ist er scheiße da ist noch ein zweiter dem mann das ist gerade noch einer der grotze fix dieser blöden fischer wenn wir flüchten mehr passen nicht dass ich irgendwo oben füge weg von mir weiter lauf jawohl bin der beste Jäger von ganz mir dann jetzt habe ich gerade noch wohnen da ist er dieses bösartige Vieh mit dem schwert kann ich ihn irgendwie ausrichten weil er mich umbringt oh gott lauf ein troll das ist auch noch ein Schuss noch questerfolg bösartiger Ripper das ist Zeitwagen das ist natürlich die frage von wem war die quest weiß keine Sau ja was ist denn das ein Hausschuh mit Skeletten oi mach du fechten gehen wir hier da wie wir wissen sind das ziemlich gute Kämpfer wertpassen über fleißig ausweichen oi jetzt zwei Treffer ausweichen jawohl war nix au so mal und Schädel ab aber das war gar nicht so schlecht wir waren schon mal schlimmer dran jetzt habe ich noch 65 Heiltränke das heißt bei Gelegenheit muss ich mal wieder nachdanken also neu braun wer ist der nächste jawohl die schnappe im einzelnen das hat das habe ich keine Chance jawohl jawohl hekt das perfekt drei Stück noch wer mögen können wir wenn es geht ohne das haben wir schon gedacht gell scheiße zwei Stück die schaffende gell jetzt wird das ich hau ab diese idioten wie wäre es denn mit der Kopfnuss oh einer tot zwei haben wir noch weiter geh weg oh Gott ein troll jetzt renn das rumrum schüe jetzt kommt das rum oder was weiter bleib bloß um halt nur beschäftigt mit den Skeletten oi eine Parade das war bestimmt immer ein Paladin so wie der kämpft ein kopfloser Paladin und ich hab da irgendwo eine Flammbäre gesehen pass auf Heilpflanze wie das was wird denn da hinten sein außer die trolle schaut aus wie eine Höhle da muss ich mal bei Gelegenheit hinten schauen aber erst mal hau ich das Skelett um was haben wir noch jetzt komm Kumpel bist fällig komm schon jetzt ein Treffer jawohl nächster und pariert erschlagen oh Gott tschüss nepper darf das was sein ein joint rohstall dietrich und schnapps das ist was ein wanderer braucht gell königstistel ja was ist denn das waldbeeren und da haben wir eine metall truhe pfeile jawohl flammenwelle erzrohling heute jetzt wird es finster aber das problem ist ich finde keine wölfe feuernesl oh Gott was ist denn das eine hölle wahrscheinlich goblins keine goblins das ist das ist kein sekt das ein wanderer für einen krieger bist du ganz schon schreck hast du schon mal vor die höhle geschaut diese bösartigen ripper haben da oben alles in beschlag ich weiß nicht wie du an diesen widerlichen viechern vorbeikommen konntest kumpel die bösartigen ripper sind geschichte so sieht es aus tja da muss ich dir wohl danken dafür was wie hast du meinen dank 100 gold münzen die rebellen in okara suchen männer na und was interessiert mich das ja sag mal muss ich das nicht tun ich will dass du nach okara gehst da bin ich mal gespannt wie du mich dazu überreden wirst geh nach okara oder ich ziehe dir das Fell über die ohren ne ich weiß was du ich lieber freiwillig wir sehen uns in okara gescheiter ist kumpel schlechte aber er hat nichts hast seine feuernessel und es ist ebenfalls einer für okara ja ist denn die mission schon abgeschlossen ha nemora okara okara braucht bei männer jetzt hab ich schon drei oder vier stück rum geschickt gell und das gelangt scheinbar noch nicht jetzt geh mal in die richtung ich brauche wolfe helfen nicht und wenn ich den ganzen wald durchstreifen muss